Herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flags Wie wir spanische Frikanten uns holen Bereit zu schießen, Sir? Auf jeden Fall Zack, unserer Was ist wer denn da? Alter Was ist denn hier los? Fuck Er hat keine Chance BAM Durch das Dünkelbüro Wie man einfach überhaupt nichts erkennt Und an Ich mach mal ein bisschen leiser, ist noch etwas sehr laut So Ich werde nicht die ganze Zeit hier schreien Oder etwa doch Ah Wuii Was? Bereits zu feiern, Sir? Ja, okay, dann hinterlässt wenn es sich ja nass geht so und weg mit euch und im letzten noch das fass erwischt da waren es nur noch da waren es nur noch 7 die ich killen muss ich sag big damage na geh weg und das kommt doch ist das ein nee ist kein kämpchen es wird alle sind dauernd 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 der lorenbomben Polo da ich mich so super angestellt habe präpariert mich mal lieber so dann brauchen wir noch zwei spanische Bridges ich hoffe die finde ich ja auch irgendwo ach denn das sieht doch gut aus und ein Sturm den hatten wir schon länger nicht mehr fällt mir gerade auf ja das sieht doch aus wie eine spanische Flagge der nicht der Neumann zieht doch mal ist immer noch etwas sehr laut finde ich ich hab's nur noch einen kleinen Tick leiser gestellt wo sitzt der nach da ne Bridge und noch ne Bridge das ist auch perfekt baller ich die schon mal hier ein bisschen ab ja stimmt doch gar nicht ich hab's erwischt so hab ich's erwischt mitten ins Gesicht der ging daneben was soll er doch oh wurde er gerade vom Blitz getroffen na wurde der Kleine vom Blitz getroffen ja wurde er das hohohohohoho Deckung oh da sind mit Sicherheit jetzt ganz viele Fürfen gegangen oder auch gar keine okay backdammit treff ich noch treff ich noch ähm ich seh überhaupt nix mehr geht doch auch ist aber ein kurzer Sturm feuer ja feuer geht weg feuer ja die Designer hat uns getroffen sir und getroffen sir feuer feuer kata ich stell mich hier echt grauenhaft an feuer 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 bam 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 komm schon komm schon jetzt feuer jetzt tja wo schupper ich hier überhaupt lang feuer nicht als salzwasser Brahm und Marssegel festzurren! Gegner feuert! Loll! Geschafft! Feuer! Feuer! Gib mir etwas wahr! Hol ich mir aber hier noch. Die Beute. Da 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 da! Auf was seid ihr bereit? Feier! Haha! Ich geh'n am Tor zur Hölle! Auf meine Hölle! Muah! Da wär' das doch schon mal geklappt! Monsterwelle von Steuerbord! Auf Geilen! Nehmt Druck vom Baum! Vorsicht! Wir breiten zusammen! Haltet euch fest! Macht euch bereit! Bäm! Backboard Captain! Da treibt einer, Sir! Null ich mir! So läuft das! Oh, da sieht man auch noch die Welle! Ja! Wunderbar! Ich kann schon schnell reisen! Nun holen wir uns gleich noch die zweite Aufgabe! So! Und was habe ich denn alles diese Folge, äh diese Aufnahme dann vor? Auf jeden Fall! Diese Folge schaffe ich alles! Alles! Erstmal, ähm Genießt ihr kurz die schöne Aussicht! Ich meine natürlich die rechts neben mir! Weil ich muss noch die Uhr starten! Ah! Scheiße! So! Ähm! Ja! Wir werden die letzten drei Inseln auf jeden Fall erforschen! Beziehungsweise die letzte Insel! Ich glaub die anderen zwei, das sind ja nur so Such-Klatsch-Sachen und so! Haha! Ähm! Seid gerust Freibäuter! Dies ist ein schwarzer Tag für die Freiheit! Eines meiner Lager, das sich in einer ehemaligen Schmugglerhöhle befindet, wird von einer spanischen Flotte blockiert! Ich hoffe inständig, dass ihr meine Waren aus dem... aus den Händen dieser imperialistischen Unterdrück... äh... Unterdrücker befreien könnt! Und er zeichnete mir von der Graf! Erbarer Kaufmann! Und frei! Natürlich erfüllen wir ihm! Wie gesagt, wir werden eben die letzten Sachen noch erforschen! Äh... Wir haben zwei Schatzkarten, die wir... diesem Zuge finden werden! Und uns auch holen werden! Die wir uns dann wiederum holen! Also äh... den Schatz! Und da würde ich sagen... ähm... Ballern... wir die Story durch, wie... wie es nun geht! Äh... Ja, mal sehen wir, wie lange das Let's Play dann noch geht! Also... Bis jetzt... ist das jetzt auf jeden Fall schon das längste Assassin's Creed! Ich glaub mit... gut 20 Folgen schon im Vorsprung! Das ist... nicht ohne! Auf keinen Fall! Ich muss mal kurz auf die Karte gucken! Ähm... Dann siehst du, wir... wie es scheint, müssen wir sogar an der Stelle hin, wo wir noch nicht waren! Na hier, da... ist dann... hier ist was... und... Hm... Weiß'n das hier? Achso! Ne! Nix interessantes, ähm... Achso! Und hier! Der hier! Total übersehen! Ist dir an mir die Zähne ausweist? Also, Viefsteinzahlen scheint nicht mehr zu sein! Die Unterwassersachen, die schaffe ich ja meistens in einer Folge! Und... die kleineren Inseln mit Gluck auch! Das mit dem Schatzgarten wäre dann nochmal eine weitere Folge, äh... müssten wir gut schaffen! Ich glaub, der hat mich gesehen! Gegner kommt auf uns zu! Feier! Ihre Schmachstelle ist ungeschütt! Feier! 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 Die Wunden tun schieb! Feindliche Verstärkung, Tepki! Feuer! Feindliche Verstärkung! Am Arsch! Feuer! Der wird fast tief... Buss! Was zur Hölle? Wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Das ist doch nicht deren Ernst! Das ist doch nicht deren Ernst! Von dort hinten greifen die mich an! Weck mich doch am Arsch! Ich enter! Ich muss ihn entern! Sonst bin ich echt am Arsch! Scheiße! Die Mission wird schwer! Die wird schwer auf jeden Fall! Die hat eine 5 verdient! Bäm! Alle beide auf einmal, wie es scheint! Nein! Da! Da war die Kiste! Egal! Wir schaffen das doch ohne! Aber mit ist immer schöner! Das kotzt mich so an, dass ich... Mann! Geht doch! Er wollte ich doch gar nicht! Ja! Zack! Und noch einer! Er ist doch lächerlich, ey! So, jetzt aber! Na! Geht doch! Huh! Na! Ihr wolltet was von mir, habe ich gehört! Auf jeden Fall reparieren! Da sind wir jetzt schon so stark und ich verkack hier übelst! Das geht doch mal gar nicht! Jetzt müssen wir aber schnell in Fahrt kommen, weil die uns wahrscheinlich schon wieder gesehen haben! Mehr Segel! Mehr Segel! Alle Segel! Alle Segel! Okay, ich kann nicht mehr schnell ähm... schnell schippern! Und jetzt sind wir jetzt noch mal gucken! Und wir wollen... Da! Wozu! Da! 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 Wir sind bereit, Sir! Alle aus der Großberg! Ausgetrickst! Loshegelsetzen! Amarsch! Das ist mir egal! Feier! Feier! Ich mach euch fertig! So läuft er! Ooooooh! Shit! Feier! Ich glaub der rampt uns! Ach krass! Der und uns rampt! Nein! Nein! Ich wills entern! Schnell! Puh! Wir haben Glück gehabt! Hier! Hallo liebe! Na ich treff doch sowieso keine... Keine! So! Oh! 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 Ey! Okay! Du hast meinen Lauf kaputt gemacht! Das muss ich denn überhaupt machen! Die oberen Kundschafter! Die Flagge zerstören! Ah! Na okay! Aber erstmal mach ich hier diese... Spackos weg! Weil die gehen meinen Trüppchen richtig auf die Nerven! So läuft das hier! Zack! Und weg Banish! Huh! Das kommt doch! Du Feigling! So! Und der ist auch weg! Muss ich hier nur noch hochkommen! Hochkommen! Ja! Das sieht doch... Schon mal gut aus! Oh je! Oh je! Oh je! Ja! Einen verloren! Egal! Ey! Zerstört! Oh mein Gott! Mwahaha! Flipp! Und Flipp! So! Das müsste eigentlich reichen! Jupp! Oh! In der Zeit sind sogar zwei gestorben! Nice! Alter! Geht mir nicht! Oh! Boah! Nervensägen! Boah! Nervensägen! Ja! Ist klar! Ist klar! Ist klar! Am Arsch! Ich hab euch besiegt! Junge! Alter! Wie viele Rohstoffe wir haben! Wie viel Geld wir haben! Hehehe! Alles voll opel! So! Den Rest brauchen wir nicht mehr tun! Hab ich gehört! Ah! Wow! Die alle noch! Aber das Hauptschiff haben wir schon mal! Das ist ja nur so ein kleines! Zack! Irgendwie da ein Zweck! Bäm! Da ist ihre Schwachstelle! Oh! Ich hätte jetzt gedacht, dass sie uns auch noch interessieren hätten! Boah! Ja! 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 Hau dir ab! Siehst da hin, Sir! Feier! Feier! Hau... Ne! Die hauen doch nicht ab! Das wird sie versorgen! Feier! Feier! Ein Brak mehr! Da ist ihre Schwachstelle! Geschafft! Ah! Und der der nur übrig ist, das war der... ähm... der dazugekommen ist! Feier! 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 Eine Seite genau da! Feier! Gehen sie runter! So macht man das! Mission akzept! Dann erobern wir uns mal die Insel! Da! Die hier! Und so! Die holen wir uns jetzt einfach mal! Ja! Hier liegt sehr viel Schutt rum! Alle Segel! Sie versorgen! Weil hier sehr viele Boote kaputt gehen! Männer! Alle Segel! Halt! Piraten! Kopfgeldjäger! Ja! Hier bin ich durchgeschüppert, ähm... als ich mir, ähm... so einen Open World Schatz geholt habe! Roten Segel! Braben Segel! Und deswegen... weiß ich das! Haha! Hier ist eine richtig starke Strömung! Oh! Moment! Reicht das wenn nicht hier schon? Da! Da müssen wir hin! Da! Ich seh's! Ich seh's! Boah! Da ist aber echt schwierig hier durchzukommen! Ah da! Huh! Ist aber echt ne kleine Insel! Wenn ich hier richtig bin! Klippe Vorausche! Segelbergen! Abfassion! Zappsegel! Auffassion! Zappsegel! Auffassion! Zappsegel! Weißt du gibt's ne Taverne? Haha! Kästen über Bord! Ja ist klar! In diesem kleinen Café gibt's ne ähm... Gibt's ne Taverne! Okay! Ist okay! Oh! Ein Hund! Ist okay! Wenn wir uns drum kümmern, wenn's zu weit ist! Okay! Hier gammeln Leute rum! Ob das hier nicht ein Schatz ist? Was? Ne Runde Kotschu? Kann's sagen! Gerne geschehen! Hm! Dann erforsche ich erst mal die Insel! Um zu gucken wo ich alles hin muss! Ähm! Ja ich erforsche sie! Und gleich! Also ne? Ich lass mir ein bisschen Zeit! Häpp! Gleich sind wir oben! Noch ein ganz kleines Stückchen! Synchronisiert! Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge! Bis dahin! Ciao!